Riton hat mich hier zu Hause besucht und heute trifft er das allererste Mal Bonny und Teddy. Bist du gespannt? Es ist 6 Uhr morgens. Let's go. Komm, rauf geht's, Junge, rauf geht's. Komm, mach auf jetzt. Mach auf, Junge. Ja, Wallah, geht nicht. Jetzt rein, 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 rein. Freust du dich auf Teddy und Bonny? Ich freue mich am meisten auf Bonny, aber Teddy mag ich auch. Ich glaube, ich bin nicht mehr mag. Komm rein, komm rein. Er ist eifersüchtig. Er ist eifersüchtig. Ey, Bro, was ist denn? Ich spiele nicht weiter. Na, wie geht's denn im letzten Jahr? Alles okay? Joa, Leben ist schwierig, ne? Oh, Riton, einfach meine Runde. Boah, wie ist das süß, ey. Teddy ist unnormal süß, ne? Er hat seine 5 Minuten. Er hat seine 5 Minuten. Er hat seine 5 Minuten. Boah, die beiden sind richtig am Chillen bei dir. Die fühlen sich richtig wohl. Bonny, willst du, dass Riton da bleibt? Boah, wie geht's denn?